Hallo und herzlich willkommen zur Disney Filmparade. Hier im Videopolis Theater im Disneyland Paris läuft eine der erfolgreichsten Bühnenshows weltweit. Es ist die Legende vom König der Löwen. Der große Erfolg und die besondere Beliebtheit beim Publikum begründet sich nicht allein in der schönen Geschichte, sondern im Besonderen durch die Darsteller und Künstler, die sie auf der Bühne erzählen und zum Leben erwähnen. Um den Besuchern hier im Park täglich vier bis fünf Shows bieten zu können, werden natürlich viele Tänzer und Tänzerinnen gebraucht. Wir wollen in den nächsten Sendungen die beiden Regisseure Katie und Christoph auf ihrer Suche nach neuen Talenten begleiten. Die zweite Runde. Auch hier werden es die meisten nicht schaffen. In dieser Gruppe fallen uns zwei ganz besonders auf. Ein Mädchen und ein Junge. Sie besitzen den Körper und die Technik, nach der wir suchen. Christoph teilt wieder in Kleingruppen auf. Und er macht Mut. Ein Fehler bedeutet nicht gleich das Aus. Der Wille ist gefragt. Hört auf die Musik, die Akzente. Die Technik ist wichtig. Sprünge, Beintechnik, Pirouetten, das alles zählt. Christoph verteilt Rollen. Zwei Nashörner. In einem letzten Workshop für den Tag sollen die Tänzer Tiere darstellen. Das wird doch ihre Aufgabe während der Show sein. Christoph führt sie dabei. Auch um sich ein letztes Bild über die Eignung und den Charakter des Tänzers. Es war interessant. Wir haben hart gearbeitet. An den Interpretationen und der Technik. Viele gute Tänzer waren hier. Aber besonders wichtig ist die eigene Kreativität. Kreativität. Das ist der Lion King, super. Mehr als 150. Renn und Tänzer bedeutet dieser Tag, dass sie einen neuen Job gefunden haben. Die letzten Wochen haben sie ungeduldig auf diesen Moment gewartet. Den Moment der Vertragsunterzeichnung. Es ist eine Chance fürs Leben. Wirklich, wirklich wundervoll. Ja, ich freue mich sehr. Silvan, Giovanni, César, Bexy, Mad, Aline, Audrey, Emilie, Miguel. Programm bewältigen. Mehrere maßgeschneiderte Kostüme und einen eng sitzenden Hüftgurt für die Luftakrobatik. Und die müssen sehr eng sitzen. Mehrere maßgeschneiderte Kostüme und einen engstern.